Und ich glaube, ich werde dem nicht gewachsen. Doch, dem wärst du gewachsen. Dem ist jeder gewachsen. Magst du dein gleiches Topf schlagen? Ja. Und Otto kann auch keine Getreideprodukte essen. Wir werden euch natürlich finanziell unterstützen. So eine Hochzeit kostet heutzutage einiges. Bald das Älteste hat jetzt geheiratet. Am Ende 25.000 Euro auf der Rechnung. Bei uns wird's billiger. Wie alt ist er jetzt? Eine Woche. Und da stehen sie schon wieder hier rum und schneiden wildfremden Leuten den Bauch auf. Jetzt reicht's. Nö. Wir müssen doch nicht gleich heiraten. Ich finde heiraten schön, aber irgendwie auch egal. Ich auch. Oh, ja, das Gesicht kann man schon sehr schön erkennen. Was macht der Nachwuchs? Wie alt ist er jetzt? Eine Woche. Und da stehen sie schon wieder hier rum und schneiden wildfremden Leuten den Bauch auf. Ich denke manchmal, wir sollten uns trennen. Denkst du es nie auch manchmal? Blöd. Hallo? Machst du noch mit? Oh, hier das Gesicht kann man schon sehr schön erkennen. Sag ich mal, geht's noch? Also wenn sie schon beim Ultraschall zusammenklappen, wie sollen das erst im Kreißsaal werden? Du siehst jetzt deine Hose wieder an und gehst da weg. Du bist in den Ton. Es gibt dir eigentlich das Recht dazu, hier rumzustehen und nicht in das Grab deines Vaters zu scheißen. Wir wollen die ganze Zeit heiraten, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Ach, das ist ja traurig. Ich denke manchmal, wir sollten uns trennen. Denkst du es nie auch manchmal? Blöd. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, was soll ich denn jetzt machen?